Ich bin wieder disconnected, ne? Ja. Ich komme, guys! Ich bin wieder. Was ist denn hier mit den Apolo mögen? Ja, so schnell wiegt das noch nicht. Die braucht dafür ein paar Zusatzfähigkeiten, ne? Ah, Keltas braucht keine Zusatzfähigkeiten, das sag ich dir so. Ja, du wirst connecten, dann kannst du noch reinfaden, ne? Leute, wie glaub ich mir, du kommst nämlich erst an. Ah, mal gucken, äh... Warte, Keltas hier noch alles anstellt. Auweia! Ja, läuft, ne? Ja, läuft, ne? Die Rache ist easy. Oh, Keltas vor Sevin! Tschüss, Walla! Danke, Walla! Dankeschön! Thanks, Walla! Okay, gut. Ich schiebe zack! Ich bin richtig! Ich bin fertig! Geschmack Meist die xp? Das ist schön, dass ich mich nicht schlafen habe und ich bin natürlich auch nicht so gut. Also das ist das Schwertig, wenn man hier das ist. Ich bin so schnell. 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 Das war's für heute. Ja, der heilt sich hoch, wenn er dich schlägt. Bot wird HART eingerissen. Kann man auch weichen? Weiß ich nicht. Ja, doch, das geht. Ich hab Tracer oben gemacht. Hahaha. Wie denn, geblockt oder was? Nein, ich wollte ihn da eigentlich wegschießen. Sie ist weggefliegt und ich hab den Illidan voll auf die drauf geschossen. Ach ja, ich bin ja auch tot. Ah! Ah! Damit komm ich knapp. Was? Wir haben den nicht gekriegt? Ach ja, ich glaub das wird HART. Wär auch langweilig, wie ne hamere Fans, wenn's nicht HART wird. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin zu low. Unten fällt. Schmutz. Ach. Ja, 1-2 bei 0. Hat gar nach, wenn euch geskillt, ne? Ich hätte ja bei... Oh, hab ich jetzt vergessen. Boah, der Kälter ist der Wulti sich einfach. Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. Geile Bombe, Alter. Geil, ne? Hm, richtig harter Scheiß, ey. Was ist das? Alter. Alter, ich wollte schon sagen, kriegen wir ihn nicht tot, oder was? Ja! Boah, die Sylvanas nimmt eins nach dem anderen raus. Was ist das? 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 Willkommen zurück! Alle tot aus der Mutter, ne? Ja, die beiden in der Mitte haben wir schon weggemacht durch die Cannon, ne? Und Job ist immer noch das Hardcamp am Werk. Was sagt ihr jetzt? Versuche jetzt von oben zu fahren und runter zu schießen, dass ich die Ringer noch kaputt machen kann. Ja unten sind nur zwei Buildings. Ne, von oben nach unten runter zu schießen. Ich glaube wir meinen dasselbe, aber sprechen verschiedene Sprachen. Was? Ja, das ist klar. Was? Ja. Was? Was? Ja. 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 Das war's für heute. Nee, wir haben doch nicht das gleiche gemeint, mach nix! Ja, war mir zu Risiko, war mir zu Risiko. Ich hab eher so gedacht, warte. So, war längs, nach unten, längs lang, ne? Die beiden. Nee, unten, um zu factionen, ich wollte lieber oben, da wo ich jeden Fall einsetzen kann. Ich hab mich gar nicht mehr geholt. Das war ein wichtiger Kill. Illidan. Nice. Ja, jetzt werden sie sehr nervös, ne? Wie konnten wir nur? Was ist denn passiert, dass wir so gedroppt sind auf einmal? Es ist passiert! Erstmal schön, das schwache Glied rausbezogen in den Abba-Tour und alle abgeholt. Das schwache Gliedsache war los, ja? Ja. Ja, ja. Ich weiß, wovon er redet. Das ist ja mal richtig krass aufgegangen, ey. Ich mein, wir haben noch nicht gewonnen, aber allein schon so ein Comeback. Das ist ja mal richtig krass aufgegangen, ey. Ich mein, wir haben noch nicht gewonnen, aber allein schon so ein Comeback. Ja, mach nix. Hab ich gesehen. Nice! Delayed-game-Strat! Delayed-game-Strat! Boah, jetzt will ich aber 500k XP sehen hier. Boah. 3 auf 91, nur. Genau. Wir haben nicht lange genug gezappeln lassen, oder? Ja, ja. Wir hatten ein bisschen langsamer machen. Take it slow! Take it slow! waż, toil, Uma. точно, gut sicher drauf! Digg 가는! Digg!